Willkommen zurück, ihr Lieben. Ja, das ist offensichtlich ein Rührei. Aber sicherlich macht ihr es alle in der Pfanne und mit Butter, oder? Ich zeige euch, wie es meine Omi zubereitet hat. Unglaublich. Sie nahm sich einen Topf, 250 ml Wasser, einen halben Thielöffel Salz, brachte das Ganze zum Köcheln. In der Zwischenzeit hat sie sich zwei glückliche Hühnereier verquirlt. Sie sagte immer, nimm eine Gabel, keinen Schneebesen, da sonst zu viel Luft in die Eier kommt und das Ei gummiartig wird. Okay, sie hatte recht. Wenn das Wasser kocht, ihr Lieben, dann quirlt ihr so lange im Uhrzeigersinn, bis ein Strudel entsteht. Und in diesen Strudel gebt ihr dann eure Eimasse. Das ist jetzt nur ein Basisrezept, dass ihr seht, dass es funktioniert. Deckel drauf, von der Hitze nehmen und dann geht das Ei auf wie ein Hefeteig. Dann hat sie es abgeschöpft und gewürzt mit Kräutern, Salz, Pfeffer, Tomaten, je nachdem, wie wir es wollten. Probiert es aus, ihr Lieben. Es ist mega fluffig und total lecker. Guten Appetit. Bye-bye.